Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder zu Filmfressen im Jahr 2018. Wir sind wieder für euch am Start. Und zum Beginn des neuen Jahres gab es direkt mal die Fantasy Filmfest White Nights. Very important Portuguese, VIP. Peter, very important Peter. Und wir haben dieses Mal alle Filme geguckt. Alle 10 Filme. Genau, ich habe mir zum ersten Mal eine Dauerkarte geholt. Wahnsinn, ich habe nur die Karte nicht dabei. Aber ich habe trotzdem alle Filme gesehen, auch im Kino. Und wir waren ja auch in netter Begleitung da mit ein paar Freunden von uns. Das hat Spaß gemacht. Wir besprechen alle Filme für euch und alle einzeln. Dieses Mal alle einzeln. Und es geht sich direkt los mit dem ersten Tag. Samstagmittag waren wir natürlich total fit, weil wir am Abend davor natürlich nicht trinken waren. Auf gar keinen Fall. Nicht einen Schluck. Und es ging los mit Let the Corpses Ten. Oder ich glaube, der Titel direkt übersetzt heißt Shoot the Corpses. Ist auch egal. Von den Regisseuren Hélène Carté und Bruno Forzani. Die haben auch so illustre Filme gemacht, die auf dem Fantasy Filmfest liefen, wie Amer. Oder wie es bei dem Veranstalter der Nights, Amer heißt. Genau, Amer hat er gesagt. Ich nenne den ja lieber Amer, denn Amer war ein riesen Hammer. Also das war echt... War ein guter Einstieg. Richtig guter Einstieg. Die haben davor noch gemacht, der Todweintrote Tränen. Also wir sind uns einig, dass Amer oder Amer ein Superfilm ist. Ja. Eine Reminiscenz an die ganzen Jallo-Geschichten. So die Essenz der Jalli rausgezogen. Ja, das war ein perfekter Neo-Jalli, aber auch ein Neo-Meta-Jalli. Genau. Ein Jallo. Ein Überjallo. Und das bei Todweintrote Tränen ähnlich, aber dann noch mal noch mehr Effekte, noch mehr Stilmittel reingebaut. Ich fand es ein bisschen anstrengend. Ja, richtiges Wort. Das hat zu sehr von der vermeintlichen Geschichte abgelenkt. Fand ich. Deswegen hat er mir nicht ganz so gut gefallen, obwohl ich ihn mögen möchte. Ja, also der Film hat jetzt so audiovisuell manchmal keinen Spaß gemacht, besonders auditiv. Ja. Das war, da wurde man schon auf eine harte Probe gesetzt. Genau, jetzt sind sie einen Schritt weiter gegangen und haben ein Buch verfilmt. Und das ist im Prinzip so eine Groschen-Roman-Geschichte über einen Goldraub. Dann verschanzen sich halt Leute in so einer Felsenlandschaft. Dann gibt es die Polizei, die Gangster und noch so ein Kunst-Trio, also ein Pärchen mit Muse, keine Ahnung. Ja. Und dann belagern sie sich gegenseitig und es geht darum, die Seiten wechseln. Es geht darum, wer hat am Ende das Gold und wer überlebt in dem ganzen Kugelhagel noch. Das ist die plumpe, simple Geschichte. Aber das Regie-Duo hat es natürlich geschafft und hat natürlich wieder nicht sein lassen können. Alles mit Stilmitteln voll zu ballern und Nahaufnahmen zu bringen. Schnelle Schnitte, Übergänge, gegen das Licht gefilmt, solche Geschichten. Und ich fand das ziemlich gut. Ja, ich muss auch sagen, das war der Film, auf den ich mich tatsächlich am meisten gefreut habe. Weil Amar, Amar, Amher war tatsächlich, ist einer meiner Lieblings-Neo-Jollys, wenn nicht sogar der beste Neo-Jolly für mich ist. Mit Let the Corpse Stand gehen sie ein bisschen mehr Richtung Italo-Western und dem Polizei-Thriller, dem italienischen Polizei-Film. Genau, aus den 70ern so, das hätte ich auch noch gesagt. Und hier zitieren sie auch nicht nur wieder Filme, sondern auch das Ganze über die Musik, über den Soundtrack. Ist wieder viel von Morricone, von Cipriani etc. Die schwellen schon sehr stark in Nostalgie. Ja, das mögen wir ja gerne. Ja, natürlich. Und häufig, es sind leichte Anlehnungen dann auch an ihre eigenen Filme. Also einige Einstellungen, wenn Frauen in besonderen Positionen, sag ich mal, gezeigt werden. Und da kennt man vor allem zu dem Vorgänger der Tod, vor allem rote Träne, deutliche Parallelen, sag ich mal. Aber man muss halt auch zum ersten Mal attestieren, dass sie versuchen, auch wenn die Story relativ rudimentär ist, sehr spartanisch ist, versuchen sie zum ersten Mal eine Geschichte zu erzählen. Tatsächlich sich an der Geschichte langzuhangeln. Genau. Ich habe das... Es gibt aber auch viele Zeitsprünge, wo man dann so ein bisschen Tarantino-mäßig, wo dann was passiert und dann sieht man irgendwie, zwei Minuten vorher ist aus einer anderen Sicht... Ich fand das nicht verwirrend, sondern interessant. Ja, da läuft auch die Uhrzeit Uhr rauf und runter. Das wird ja alle zwei Sekunden, jede zweite Minute wird da die Uhrzeit eingeblendet. Der ist auch wieder so ein absolut audiovisueller Rausch. Wieder geprägt von Versatzstücken. Lederfetisch, ohne Ende, den sie immer drin haben. Lokal der Messer, aber dafür riesige Shootouts. Genau, würde ich sagen, anstatt der Messer haben wir diesmal wirklich... ersetzt so das phallische Symbol, quasi die Knarre. Richtig. Es ist dann halt das Stück dafür. Das Gegenstück. Da geht es ordentlich zur Sache. Es ist viel Symbolik auch. Zum Beispiel die goldene Frau, die so das Gold repräsentiert. Und alle lächzen nach diesem Gold und nach dieser Frau. Das Objekt der Begierde. Genau, und das Geile, sie pisst dann halt auf die. Das ist eine Szene, die fand ich sehr geil. Mehrmals sogar. Also, jetzt nicht falsch verstehen. Lass mal hier schneiden, bitte. Das bleibt drin, mein Freund. Naja, war auf jeden Fall sehr cool. Mir hat das sehr gut gefallen. Das ist halt so künstlerische Inszenierung. Das gefällt mir gerade von den beiden sehr, sehr gut. Dazu noch jetzt bereichert um eine Geschichte. War gerade im Kino ein absolutes Erlebnis. Definitiv. Ja, war doch schon mal ein super Einstieg. Super Einstieg. In die Fantasy Filmfest White Nights. Und ja, es geht im nächsten Video weiter mit... Hostile? Hostile! Ich war mir jetzt echt nicht sicher. Ist keine Dokumentation über Pantera. Fucking hostile! Pan-tera. Genau. Bis denn. Ich war soaheisch. Wir kommen hier. 접ge. Deine Kinder. Ich war soaheisch. Ich war soaheisch. Ich war soaheisch. Sectivere.